Hallo meine lieben Schätzleinser, die die so nicht genannt werden möchten und willkommen zu einem Video mal wieder aus, ja, direkt der Schaltzentrale bei mir im Büro. Hatte ich mal Bock drauf, man muss manchmal mal einen Tapetenwechsel haben. So, und Tapetenwechsel ist vielleicht nicht der Stichpunkt, aber ich glaube, diesen Sinn habt ihr noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar habe ich hier eine Jubiläums-Sonderedition in der Hand, die natürlich, ich zeige es euch, ein bisschen polarisiert, aber einfach auch wieder perfekt zu Sinn passt, denn Sinn baut Funktionsuhren und das ist eine Uhr, die zusammen mit der Wild und Hund, ihr kennt vielleicht die Jagdzeitung, ihr wisst, ich habe auch noch einen Jagdkanal, natürlich habe ich eine Affinität zu beiden Seiten und das vereint diese Uhr eigentlich wunderbar, herausgegeben haben. Auf jeden Fall hat Sinn, diese Uhr zusammen mit der Wild und Hund herausgegeben, hier hinten ist auch nochmal schön eingraviert, Wild und Hund, es gibt nur 125 Stück und ihr könnt auf der Homepage die Seriennummer für euch, ja, letztendlich aussuchen. Es sind natürlich nicht mehr so viele da, aber ein paar sind noch übrig und mein Geburtsjahr ist nicht mehr da, aber ihr seid ja alle viel älter als ich und wenn jetzt 50 wird, die 74 zum Beispiel, die ist noch da. So, so. So, kommen wir mal zu als solches. Basis ist eine 836 von Sinn mit einem ETA 2892 als Werk und das Ganze ist sehr schlicht, sehr gut ablesbar. Ihr habt in der Mitte nochmal so ein Eichenblatt drauf und als Besonderheit haben wir hier eine Tegiment-Technik, das heißt, die Uhr ist kratzresistent. Ich packe sie euch jetzt mal bei mir an Arm. Talitala. So, wir haben hier das schöne Kautschukband dabei, also das mit, ihr wisst es, ich stehe drauf, eins der besten sind Armbänder, die ich so kenne, im Bereich, also besten Kautschuk-Armbänder mit dieser wunderbaren Schließe. Und super robust, super cool. Und hier unten könnt ihr sie einfach aufmachen, dann klappt das Ding so auf und dann könnt ihr sie einfach rausziehen jetzt. Ich mache es jetzt mal nicht. Dann könnt ihr das Band waschen, entnehmen, was auch immer. Gerade in der Jagd nicht verkehrt, wenn ihr damit zum Beispiel ein Stück Rehwild ausnehmt. Es ist aber auch noch gleichzeitig ein sportliches Band dabei, mit diesem Orange. Ich zeige es mal hier so hin. Ja, das passt natürlich hervorragend zu dem Zeiger. Und ja, also ich glaube, ganz so viel gibt es zu der Uhr als solches ja nicht zu sagen. Es ist eine sehr schlichte, sehr reduzierte Uhr. Klare Ablesbarkeit, ohne viel Schnickschnack, mit so einem kleinen Gag. Also dieses Eichenblatt in der Mitte finde ich total cool. Das ist so einfach so etwas, wie soll man sagen, so ganz, trotz dieser Schlichtheit, so ein kleiner Punkt, wo ich sage, es ist cool. Ist natürlich auch passend zu Wild und Hund. Und ja, wer so ein bisschen Affinität zu Outdoor hat, man muss ja nicht unbedingt Affinität zum Jagen haben, aber zu Outdoor und Sinn als Marke mag, der hat mit dieser Jubiläumsuhr, von der es ja nur 125 Stück gibt, auf jeden Fall sicherlich seine Freude. Gehen wir so ein bisschen auf die Uhr als solches nochmal ein. Nein, vom Gehäuse her, von der Finissierung her. Sie ist komplett matt. Also ihr habt hier keine Hochglanzflächen, wie schon gesagt, tegimentiert. Wie erwähnt, schlicht. Wobei, ich muss mich revidieren, die Lunette hat eine Hochglanzschicht, also nicht eine Hochglanzschicht, sondern einen Hochglanzbereich. Also quasi direkt hier oben, wenn ihr drauf schaut. Aber ansonsten ist alles sehr matt. Und sie fühlt sich dadurch wirklich sehr toolig und trotzdem wertig an. Also es ist wirklich eine Uhr, mit der ihr ganz problemlos durch die Tegimentiertechnik draußen im Wald herumspazieren könnt und auch mal irgendwo gegenkommen könnt. Da dürften sich keine Kratzer bilden, weil eben gehärtet. Ich finde auch cool, wie gesagt, dass sie mit zwei Bändern kommt. Die Krone ist sehr griffig. Ich finde auch dieses Kautschukband, weil das hier auch so matt ist, fügt sich das wunderbar hier ein. Also sie kriegt damit so einen modernen Touch. Es ist eine ultraklassische Uhr, die dann so einen modernen Touch kriegt. Ich kann das, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser in Worte fassen soll, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir nochmal ein bisschen die technischen Daten. Natürlich Saphirglas, 100 Meter Wasserdichtigkeit, Magnetfeldschutz. Habt ja eigentlich jagdlich und outdoor nicht so viel mit zu tun. Und sie ist 43 Millimeter im Durchmesser. Preislich liegt die Uhr bei 2350 Euro, was ich für eine so limitierte Uhr. Und im Anbetracht, wenn ihr mal überlegt, wie die Preisentwicklung so in letzter Zeit war, sehr preiswert finde. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein schöner Sinn mit einem schönen Alleinstellungsmerkmal. Und ihr könnt das Ganze unter jagduhr.com, ich verlinke euch das aber auch nochmal unten in der Beschreibung, euch einmal anschauen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, A, wer guckt mich hier und ist selber Jäger oder vielleicht Schütze oder Outdoor-Begeisterter und hat eine Affinität zu Sinn und sagt sich, Mensch, so ein Sinn in Weichmanns- und Waldmannsgrün wäre doch was für mich. Bin ich gespannt. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Video. Bis dahin mal. Ciao, ciao.